Im Vollbildmodus alle Bilder der iPhoto-Mediathek anzeigen. Arbeitet man im Vollbildmodus von iPhoto und möchte auf die Übersicht mit allen Bildern zugreifen, klickt man in der Symbolleiste auf Alben. iPhoto blendet dann als erstes Album die Sammlung Fotos mit allen Bildern der Mediathek ein. Außerdem platziert iPhoto die Sammlung Letzter Import und die Sammlung mit den Bildern der letzten Monate an den Anfang der Übersicht. Hat man Bilder mit Markierungen versehen, wird die Sammlung Markierte Bilder ebenfalls zu Beginn der Auflistung angezeigt. Scrollt man im Fenster ganz nach unten, hat man Zugriff auf die Alben, die man im Web angelegt hat, beispielsweise bei Facebook oder Flickr. 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 Vielen Dank.